In diesem Video möchte ich dir die drei Geheimnisse zur Steigerung der Wirkung von Frequenzen verraten. Ich bin ja jemand, der durchfrequenziert wurde, könnte man sagen, weil ich schon sehr viele Frequenzen gehört habe, sprich weil ich sie auch produziere und danach auch immer wieder testen muss. Somit kann ich dir auf jeden Fall meine drei Haupterkenntnisse jetzt in diesem Video vermitteln, wo ich sage, wenn du dich an diese drei Sachen hältst, dann wirst du die Wirkung von Frequenzen drastisch steigern können. Und zwar, die erste Technik kennst du vielleicht schon, aber ich möchte dir hier noch ein paar Tipps geben, wie du noch viel besser damit arbeiten kannst. Und zwar, die erste Technik ist, dass du deinen Körper loslässt. Also wenn du meditierst oder Frequenzen hörst, dass du in der ersten Phase, also bevor es dann losgeht oder vielleicht vorher schon, dass du deine Zunge entspannst. Im EEG sieht man wunderschön, wenn du deine Zunge lockerst oder ansprachst und dann entspannst und wieder ansprachst und entsprachst, dann sieht man, wie die Beta-Wellen weniger werden und wie die Alpha-Wellen beginnen und vielleicht sogar, wenn du das gut kannst, auch deine D-Teta-Wellen du damit produzieren kannst, was schlussendlich dann viel leichter funktioniert, um tiefe Bewusstseinszustände zu erleben. Und ich empfehle dir auf jeden Fall, dich auf folgende Entspannungstechniken zu halten. Und zwar, entspann deine Zunge, entspann deine Augenmuskulatur, entspann deine Hände, mach vielleicht vorher so und dehne sie, schüttle sie aus. Dann dein Unterkiefer. Ich empfehle dir folgende Methode, und zwar, du öffnest deinen Mund und du greifst hier, genau hier hinein, so, mit beiden, also du kannst es so machen oder wie auch immer, oder so, und drück da dagegen und dann halt dann, mach den Mund dabei auf, drück dagegen, gegen diese zwei Knochen, die so den Unterkiefer und Oberkiefer verbinden, also hier hinein und warte so eine Minute und dann lass los und dann wirst du sehen, wie sich auf einmal hier dein komplettes Unterkiefer komplett entspannt. Und dann machst du noch danach einen Bodycheck. Das bedeutet, du legst dich hin und gehst deine ganzen Körperteile durch. Das kannst du im Blitzmodus machen, wenn du das schon geübt bist. Das heißt, du legst deine Aufmerksamkeit in deine Augen, in deine Augenmuskulatur, auf deine Augenlider, auf deine Wangen, in deine Nase und gehst du die ganzen Körperteile durch, durch den Hals, in die linke Hand, rechte Hand und so weiter, rechter Fuß, linker Fuß. Und dann dehnst du dich aus, dann gehst du zu einem Atom und dann dehnst du dich aus, dann wirst du so groß wie der Raum und so weiter. Und wenn du diese Methode machst, sieht man im EEG wunderschön, wie auf einmal deine Frequenzen von Alpha runtergehen in den tiefen Theta-Bereich hinein. Dann bist du schon Grenze Delta und Theta und dann geht es richtig ab. Und ich empfehle auch, dass bevor du Frequenzen hörst, dass du vielleicht so fünf Minuten vor normal meditierst und dich mal entspannst, mit deiner Intention eine Frequenz dann auch hörst. Und auch vorher körperliche Dehnungsübungen machst, ja. Also wirklich entspannen, deine Schultern entspannen, dich selbst vielleicht hier bei den Schultern massieren und so weiter, bevor du dich dann hinlegst, ja. Also erste Phase ist sozusagen Körper loslassen. Zweiter Geheimnis, das zweite Geheimnis zur Steigerung der Wirkung ist, dein Mindset über Frequenzen. Mit Mindset meine ich direkt Heuristiken. Was sind Heuristiken? Heuristiken bedeutet, wenn du eine Erfahrung machst, vielleicht eine zweite oder eine dritte, dann bildet sich irgendwie hier ein Glaubenssatz und dieser Glaubenssatz sagt, bei mir wirkt es nicht so stark. Und dieser Glaubenssatz produziert dann, dass es bei dir in Zukunft grundsätzlich nicht stark wirkt, ja. Das bedeutet, wenn du beim ersten Mal vielleicht keine gute Wirkung hast, weil du es vielleicht zu einer falschen Zeit gehört hast, weil du einfach an dem Tag ein schlechtes, einfach voll auf Gamma-Wellen oder Beta-Wellen warst und einfach da grundsätzlich die Wirkung nicht gut wirkt oder du sie wirklich zu einer falschen Zeit gehört hast und ein paar Mal vielleicht zur falschen Zeit gehört hast oder einfach nur grundsätzlich, ja, weil es auch bei dir nicht gepasst hat. Dann entsteht vielleicht eine Heuristik in dir und dann sagst du, na, mir wirkt das nicht so und dann wirst du jedes Mal, dass du sie danach hörst, wirst du keine gute Wirkung haben, weil eben dein Glaubenssatz sagt, na, bei mir klappt es ja nicht, weil auf Basis meiner Vorerfahrung hat das nicht so stark wirkt, ja. Aber wenn du mehr in einen anderen Mindset reingehst und sagst, okay, ich lasse mich überraschen, ich teste einfach grundsätzlich von den ersten 20 Malen die Frequenz, unabhängig, also verschiedene Zeiten, verschiedene Zustände, verschiedenen Mindsets, dann wirst du sehen, dann wirst du irgendwann die richtige Tür finden, und diese wird offen sein und dann wird das viel intensiver bei dir wirken und dann wirst du ein neues Mindset kriegen und sagen, boah, bei mir wirkt das voll krass und ich erlebe da immer volle Zustände und mit diesem Mindset wirst du danach immer wieder neue Zustände erleben und diese auch intensivieren, ja. Also dein Mindset und deine Heuristiken über etwas, wie etwas funktioniert, das geht jetzt nicht nur auf Frequenzen bezogen, sondern auf das gesamte Leben, auf andere Menschen, auf deine Arbeit und auf alles andere kannst du damit in Verbindung setzen, ja. Also pass auf deine Gedanken auf und auf deine Heuristiken, denn aus meiner Erfahrung sind 80% dein Mindset über Frequenzen, wie sie bei dir wirken, entscheidet, wie sie bei dir auch wirken, schlussendlich, ja. Und das ist eine sehr, sehr maßgebliche Sache, ja. Kommen wir zum dritten Punkt und einer der wichtigsten Punkte und zwar das Erreichen des sonambularen Zustandes. Das heißt, du lässt in der ersten Phase deinen Körper los und in der zweiten Phase geht es darum, dass du deinen Verstand loslässt, ja. Und den ersten Tipp habe ich dir ja schon gezeigt, wie du deinen Körper loslassen kannst. Es gibt natürlich auch viel mehr Methoden, ja. Im Meditation Guru, im Online-Kurs auf meditation-guru.com findest du natürlich noch viele weitere Techniken dazu und dann geht es immer darum, wenn du deinen Körper losgelassen hast, dass du in der nächsten Stufe deinen Verstand loslässt, ja. Und wenn der Körper losgelassen ist und der Verstand losgelassen ist, trittest du in deinen sonambularen Zuständen und dann wirkt jede Hypnose, jede Meditation, jede Frequenz wirkt dann komplett auf ein anderes Niveau, ja. Eine Mentaltechnik möchte ich dir jetzt erzählen und zwar, dass du dir dann, wenn du den Körper entspannungstechnik gemacht hast, dass du dir dann vorstellst, dass du Stufen hinunter gehst und du kannst aber auch zählen. Ich empfehle dir da auch, das G1 zu hören, das ist sozusagen die Einsteigerfrequenz, da trainieren wir genau in diesen sonambularen Zustand hineinzukommen und da gibt es ja auch Codewörter und Anker, mit denen du da hineinkommst, ja. Auf jeden Fall, wenn du dann die Stufen hinunter gehst, von 10 bis 0, dass du bei Stufe 4 dann stehen bleibst und dir dann visualisierst, dass aus dir heraus so ein schwarzer Nebel rausgeht und dieser Nebel symbolisiert dein Verstand, deine Gedankenmaschine, dein analytisches, dein kritischer Verstand und dieser manifestiert sich zu einem Kobold und du setzt dich dann zu diesem Kobold, redest mit ihm und sagst, hey, lieber Kobold, ich werde jetzt auf eine Reise gehen, ich werde dich dazu nicht benötigen, aber wenn ich wieder zurückkomme, kannst du gerne wieder in mich hineinkommen, ja. Und dann sagt er, okay, und dann geht dieser Kobold die Stufen wieder nach oben, geht durch die Tür, schließt die Tür und du kannst dann von selber dann ohne dein Verstand nach unten gehen. Und du merkst, das ist dann noch nicht so ganz stark gewirkt, dann stell dir unten einen Schalter vor, einen Hebel und dann von 10 bis 0 und dann mehrere Hebel und verschiedene mentalen Methoden kannst du dir selber einfallen lassen, die dich dann so, du kannst ja sagen, okay, liebes Überbewusstsein, in welcher Stufe von 1 bis 10, wobei 10 starker Verstand und 0 gar kein Verstand mehr bedeutet, wo bin, empfinde ich mich gerade, bitte zeig mir das auf diesem Hebel an, auf diesem Display oder was auch immer und dann kommt zum Beispiel 4 und dann, okay, dann stellst du dir deinen Hebel vor und du ziehst ihn von 4 auf 3 und dann verändert sich dein Bewusstseinszustand und dann nochmal von 3 auf 2 und so weiter und da kannst du verschiedene Methoden und dann stellst du dir nach zum Beispiel vor, da ist noch eine Tür und du durch diese Tür durchgehst, dann verdoppelt sich nochmal die Entfernung von deinem Verstand und so weiter und dann bist du mit verschiedenen Methoden, du kannst dann mit vielen Anker-Methoden arbeiten, eine Methode, die ich zum Beispiel sehr gerne verwende, ist, dass du auf einer Klippe stehst und du lässt dich in den Ozean hineinfallen und schwimmst dann entlang und lässt dann einfach los und kannst unter Wasser atmen und lässt dich einfach komplett nach unten treiben und lässt dabei los dein Verstand los, dich selbst los und dann bist du beim Grund und dann stellst du dir noch eine Klippe vor beim Grund und dann noch tiefer und tiefer und so arbeite ich mit dieser Methode sehr effektiv, ja. Gut, das waren jetzt so drei Techniken, drei Geheimnisse, mit denen ich arbeite, wie ich die Wirkung drastisch steigere. Wenn du meine Videos verfolgst, ich werde dir in Zukunft noch weitere Videos schicken, wo ich dir noch und wie viele mehr Tipps gebe, wo ich dir auf jeden Fall noch einen Tipp geben möchte, ist und zwar vernetze dich mit mir unter diesem Video der Link dazu auf Instagram. Dort poste ich fast jeden Tag ein Video oder eine Story, wo ich dir noch mehr Tipps gebe, die ich mitnehme in mein Leben, in meinem Privatleben, hinter den Kulissen, Frequenzproduktion, Leben, Meditation und so weiter und wenn du mich da verfolgst, könnte man sagen, dann können wir uns dort auch austauschen in den Kommentaren oder in den privaten Nachrichten und du kannst mir auch dort Fragen stellen oder ein Ticketsystem allgemein, wenn du irgendwelche Fragen hast zum Thema Frequenzen, zum Thema oder Probleme mit dem System oder mit was auch immer, dann geh einfach auf help.brandwave3d.com und stell dort ein Ticket. Mein Team wird dir dabei helfen, diese Probleme zu lösen. Also Support an sich ist immer auf der Ticketseite und private Fragen dann im Social Media. Ja, ja, gut. Also auf Instagram würde ich mich eh so nicht freuen, wenn du mich da abonnierst und du sozusagen dann hinter die Kulissen von Breiv hineingeführt wirst. In diesem Sinne möchte ich das Video kurz halten. Ich bedanke mich vom tiefsten Herzen, dass du zugeschaut hast, dass du dich mit dem Thema beschäftigst, wer du sein möchtest, dass du herausfinden willst, was aus deinem Bewusstsein noch möglich ist, herauszuholen. Und das ist mein Anliegen und das ist meine, das, wo ich mein Lebenswerk dorthin gewidmet habe, meine Bestimmung, die ich selbst gewählt habe, dass ich dir dabei helfe, deine Zustände, die du erleben möchtest, dass du sie auch erlebst, weil das eine ist Theorie, was man so kennt von der Religion, aber ich sage, gehen wir den Weg der Erfahrung und Frequenzen ist ein super Weg, wo man von Theorie in die Erfahrung geht und die Erfahrung ist das, was zählt, was dich wirklich bewegt und was schlussendlich auch alles verändern kann. In diesem Sinne freue ich mich auf eine Zusammenarbeit, viel Freude beim Hören der Frequenzen und bis zum nächsten Video. Ciao.